Hallo, ich bin Pergotta Rosaria und freue mich für heute eine kleine Inspiration mitzugeben. Und wir dürfen im Moment leider nicht mit dir als Gast unterwegs sein. Darum nimmst du aus deinem Rucksack die Naturmaterialien, die du auf deiner Tour gesucht und gefunden hast. Nimmst du keine Rolle, ob du im Tal, im Wald unterwegs bist, so etwas Schönes bist, oder hier in den Bergen, wo ich am liebsten bin. Ich habe schon einige Sachen gefunden. Von Flecken, über Moos, über einen ganz schönen Herbststein ganz am Sonntag. Und damit mache ich jetzt eine Tourmantelle, die mich freuen, dass sie zu machen dort und alle anderen dabei laufen, die freuen. Ich freue mich für diese Inspiration mitzugeben. Ich freue mich, dich bald in den Bergen begrüssen zu dürfen. Ich freue mich, dich bald in den Bergen. Hölle und Ich freue mich, dich bald wieder wieder auf die Nachricht. Ich freue mich. Vielen Dank.